So, dann kommen wir zum nächsten Video hier. So, aber erst bauen wir nochmal eine Kiste hin. So, kleine Ecke erstmal, vor die Nacht kommt. So. Dann brauchen wir noch eine Reihe. Lassen wir jetzt nochmal Holzhacken. Holzhacken. Holzhacken, Holzhacken. Holzhacken. Hmm. So, Dali, hol's her. Okay, ist schon wieder kaputt. Macht nix. Schön, Holz, 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 Holz. Armfeld, Push. Hm. So, schön zumachen. Einmal reicht, ihr könnt es nur weiter, aber das ist erstmal nicht wichtig. Später dann wird es wichtig. So. 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 Das ist jetzt erst mal anders. Ich brauche natürlich auch ein paar Holzkiste. Was stellen wir dir? Okay hier Mac. Also fast Mac. Dass ich da mal eine Sache rein tun kann. Was wir im Moment nicht brauchen. Noch ein bisschen Zeit. Dann sollten wir auch noch gucken. So schnell wie möglich. Breiter Holz. Holz, Holz, Holz. Och. Wir machen erst mal das Feuern. Hm. Oh. So. Das war's dann von mir. Aber erst mal mit diesem Video. Bleibt dran beim nächsten Video. Euer Tommy.